Hey, hallo, habt ihr schon gehört, das Wort des Jahres ist Stress-Test, Stress-Test, das ist meiner Meinung nach nur eine Verniedlichung schwerwiegender Probleme, und das ist nur von den Medien gemacht, damit sie mal ein bisschen auf die Scheiße hauen können, zum Beispiel Stress-Test eines Atomkraftwerkes, und was, wenn es ein Stress-Test nicht besteht, dann fliegt es in eine Luft und werden gehen tot, dann haben wir auch Stress, in den Müll zu kommen, oder Stress-Test bei Banken, und wenn die in Stress-Test nicht bestehen, haben sie irgendwann kein Geld mehr, und die Banken verwalten unser Geld, also haben wir kein Geld mehr, und dann, ich finde, das ist nur eine Verniedlichung schwerwiegender Probleme, wie als wenn ich Stress mit meinen Freunden habe, und erstmal austeste, wie weit ich gehen kann, das ist auch ein Stress-Test, Dankeschön, Tschüss. Vielen Dank.